Hallo und willkommen zu Sims 4, die Redaktion Folge 21. Jo, Dana ist wach und Dana fühlt sich unwohl. Wo ist die denn überhaupt? Ach, die liest. Sie liest. Was liest die denn da Schönes? Angelband 1 am Haken. Jawohl. Jo, Lena ist wieder nach Hause. Dienstagabend, kurz nach 8. Ich glaube, ich bin da gerade am Zocken. Befördert worden. Ja, ja, genau. Das haben wir ja Gott sei Dank geschafft. Und wir haben sogar noch Plus auf dem Konto. Hurra. Und jetzt ist es an der Zeit, mal wieder was zu kochen. Spezialrezept. Alberne Gummibärchenpfandkuchen. Ist doch nicht den hier ernst, oder? Nee, also wir werden was normales, herkömmliches machen, bevor die ganze Küche wieder abwackelt. Ich würde sagen, wir machen Buntbarsch aus der Pfanne. Hört also nochmal alleine auf hier. Ach so, der ist noch im Turnier. Ah, so ein Mist. Naja, das werden wir auf jeden Fall jetzt mal abwarten. Und jetzt würde ich mal sagen, geht Dana mal pieseln. Ich kann auch jetzt Sachen verbessern. Das werden wir mit dem Klo auf jeden Fall mal versuchen. Das geht hier mit dem Buch aufs Klo. Ich fasse es ja nicht. Dabei behaupten Frauen immer, sie würden das nicht tun. So, einmal Müll danach raus. Und dann würde ich sagen, lassen wir Dana kochen. Ah, da kriegen wir die Knete gerade wieder zurück. So, Abendessen wir sind. Äh, servier Buntbarsch aus der Pfanne. Ach, ist doch dämlich jetzt so. Jetzt aber. Mann. Auch das Klo ist schon wieder kaputt. Nee, Kinders. Ha, muss Dana erstmal ran ans Klo. Das kann doch einfach nicht sein. Warum geht denn das Ding an dauernd kaputt? Also muss doch ich kochen. So. Langsam haben wir es aber. Zack. So, und was war nun? Schlechte Umgebung. Ja, das wissen wir ja. Inspirierende Kunst. Okay. Wie sieht das Ganze hier mit dem Turnier aus? Keiner weiß was genau ist. Ach, guck mal, wie ich stinke. Ist das dann tatsächlich so? Jo, Hygiene. Im roten Bereich. So, ihr Lieben. Wir gehen wieder an den Herd. Ruf schon mal die Feuerwehr. Au, au, au. Ha. Ach, guck mal, da ist der Barsch. Nein, Kinders. Irgendwie habe ich ein wenig Angst. Ich denke mal, ihr könnt es verstehen. Oh, Dana ist pennen gegangen. Das heißt, ich werde alleine essen müssen. Ui, es ist gut gegangen. Ich fasse es ja nicht. Endlich mal die Hütte nicht abgebrannt. So, und das mal in den Kühlschrank rein. Denn ich denke mal, im Kühlschrank bleibt es ein bisschen länger gut. Dann kann Dana da morgen was von essen. Ansonsten würde ich sagen, nach dem Essen gehen wir mal fix duschen. Äh, erfrischende Dusche. Jemanden verrückt anfungeln. Ja gut. Das lassen wir jetzt mal sein. Etwas von ausgezeichneter Qualität herstellen. Und etwas pflanzen. Apropos pflanzen. Was machen eigentlich unsere Pilze? Haben wir die eigentlich rausgehoben? Oft. Ähm. Die stinken hier vor sich hin. Und sehen gar widerlich aus irgendwie. Na? Äh. Und so komisch grün. Und was stinkt hier? Ach, scheiße. Der Apfelbaum. Nein. Ah, toll. Also die können wir jetzt mal entsorgen. Herrlich. Den Apfelbaum, den habe ich total vergessen. Schande. Schande. Absolute Schande. Ja, dann müssen wir bei Gelegenheit mal einen neuen pflanzen. Ja, hier im Badezimmer ist die Lampe immer noch so dunkel, meiner Meinung nach. Da muss ich mir noch irgendwas einfallen lassen. Jetzt warte mal, jetzt, 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 jetzt kaufen wir mal eben noch eine Lampe dafür. Äh, nee, so war das so. So, Badezimmer, Lampen. Dann muss es doch irgendwas geben, was wir oben an die Decke hängen können. Schreibtisch Lampe. Was hat das mit Badezimmer zu tun? Hängelampe. Mhm. Hängelampe ist zwar jetzt schon mal ganz gut, aber passt nun mal irgendwie nicht ins Badezimmer. Und die haben wir, glaube ich, schon mal. Das dürfte eigentlich die hier sein. Aber die gibt hier relativ viel Licht, also würde ich sagen, pack mal die nochmal ins Badezimmer. Und diese kleine Lampe hier. Was? 200 hat die gekostet? Leck mich am Baum. So, die mal weg. Naja, die bringt immerhin noch 76 Euro. Und die hier mal weg. Die brauchen wir dann auch nicht mehr. Und wir haben mal ein bisschen Lichtrohr und da ist das Waschbecken kaputt. Geil. Och nee, wisst ihr. Ich bin ja bald nur noch damit beschäftigt, die Sachen zu reparieren. Ja, geht ja mal gar nicht. Ja, Diesel muss auch noch. Dann hängen wir das nochmal in die Schleipe mit rein. So, und dann würde ich sagen, reparieren wir das auch noch. Ja, jetzt bringt der jedes Einzelne hier rein, oder was? Kinders, Kinders, Kinders. So, komm, mach mal ein bisschen schneller hier. Der Tag ist kurz. Und die Nacht ist auch bald vorbei. So, dann sind die jetzt alle weg. Nö. Man kann sonst alles komplett mit denen machen. Man kann die wässern und jäten und was weiß ich. Aber die welken Pflanzen muss man einzeln entsorgen. Was für ein Schwachsinn. So, mal ein bisschen schneller pieseln, mein Freund. Ja, Händewaschen darf es natürlich auch noch. Und jetzt aber auch fleißig reparieren. Und im Akkord. Ich weiß gar nicht, wie hoch ist denn seine Fähigkeit überhaupt? Geschicklichkeit, wo haben wir es? Na, ist auf Level 2. Ist eigentlich soweit schon mal ganz gut. Ab Level 2 kann man Dinge reparieren, wie ihr seht. Äh, verbessern. So, dann machen wir das wieder ein bisschen schneller. Abbrüchende Dusche, befördert worden. Ziemlich lecker gegessen. Halt. Was macht er nun? Ach, er geht nochmal raus, klar. So, hier mal eben Teile plündern. Na, jetzt kommt er gleich nochmal rein. So, Teile plündern. Gewöhnliches Tuning-Teil. Sieht gut aus, aber jetzt würde ich sagen, ab in die Koje. Los, tack, zack. Und einmal unter die Decke, bitte, mein Freund. Funktioniert doch. Und da rast die Zeit. Ach, jetzt muss ich dem sagen, dass das Licht automatisch an und raus geht, wenn einer rein und raus geht. Ja gut. Das kriegen wir hin. Ja, dann erwartet erstes auf. Was ist die eigentlich heute arbeiten? Gucken wir mal eben. Ja, das habe ich nicht weggeräumt, ich weiß. Beginnt in zwei Stunden. Okay, sie muss also arbeiten. Hat sie sich jetzt Fisch genommen? Hat sie. Fisch zum Frühstück. Wie lecker. So, das dann bitte gleich noch wegwerfen. Den Jörg, den lassen wir noch mal ein bisschen was pennen. Wie sieht das denn allgemein bei ihr aus? Hunger? Komm, dann probieren wir jetzt unsere Kaffeemaschine nochmal aus. Frische Boden rein, genau. Wasser obendrauf. Ach, das ist eine ganz herkömmliche Kaffeemaschine. Das ist gar kein Kaffee-Vollautomat. Aber macht anscheinend ausgezeichneten Kaffee. Eine Kaffeemaschine, die piepst, wenn der Kaffee durch ist, okay. Gut, das scheint funktioniert zu haben. So, jetzt mal schnell weiter essen. Dana muss nämlich gleich zur Arbeit. Ist nicht mehr so lange. Und wir wollen ja schließlich voll motiviert zur Arbeit gehen. Drei verschiedene Kunstwerke bewundern. Ah, Mist. Da fehlt noch eins. Das müssen wir auf jeden Fall morgen nachholen. Ja, muss circa in einer Stunde bei Arbeit sein. Das wissen wir ja. So, dann machen wir, Mädels. Und energiegeladen. Das ist schon mal ganz gut, wenn sie energiegeladen zur Arbeit geht. Irgendein Problem hat sie allerdings noch. Ich muss noch mal aufs Klöchen. Das kriegen wir aber noch hin von der Zeit. So, dann machen wir das mal fix. Eine Runde schneller hier. Zack, 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 zack. Und die Sachen kann man nachher wegräumen. Das kann aber Jörg da machen. Was? Mit einmal hin und her bewegen hat sie die Bitly-Skill-Kataworm auch nicht schlecht. Aber sie ist energiegeladen. Auf zur Arbeit. Und fleißig arbeiten, würde ich mal sagen. So, Jörg ist mittlerweile auch wach. Und ich werde auf jeden Fall gleich mal Lena anrufen. Damit wir den Tag mit ihr verbringen können. Aber bis dahin würde ich sagen, Jörg geht zur Arbeit. Okay, der hat diese andere Arbeitszeiten. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Aber in diesem Sinne, liebe Leute, bis morgen zur nächsten Folge. Tschüss.